Das Paket Spengler Club stimmt und das ist einzigartig. Dazu gehört einmal das Atem zwischen den Weihnachten und den Neujahr. Dazu gehört aber auch der Ort davon aus, wo Gott sei Dank wenigstens auch heute noch meistens eingeschnitten ist. Da gibt es dann schon eine ganz spezielle Stimmung. Das Hockey ist auch heute noch wirklich sehr gutes. Aber das Hockey hat sogar noch einen Vorteil. Es geht hier nicht um ganz so viel wie in einer Meisterschaft. Darum haben die Spieler ein bisschen mehr taktische Freiheiten. Das können natürlich auch die exzellenten Techniker ausnutzen. Das macht dann die Spengler Club-Spiele besonders attraktiv. In einer Woche geht es los mit dem Spengler Club und wir stimmen euch ein mit viele Geschichten und Anekdoten. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Pre-Game, der zweite Folge des Spengler Club-Podcasts. Der Spengler Club findet dieses Jahr Jubiläum. 100-jährig wird er. Und da wollen wir natürlich in der Geschichte eben auch zurück schauen. Und wir versuchen uns das einmal vorzustellen, wie das war damals 1923, voraussens auf dem Naturreis, das das erste Mal gespielt wurde. Und die Idee von Karl Spengler ist ja umgesetzt worden, dass einst verfindende Nationen sich dem Spengler Club zu einem friedlichen sportlichen Wettkampf treffen. Und im ersten Match sind sich der Wiener E.V. und der Berliner SC gegenüber gestanden. Und bei der ersten Spengler Club Ausgabe 1923 sind auch Cambridge und Oxford dabei gewesen. Oxford hat dann das Turnier auch gewonnen. Und natürlich ist der HZD als Gastgeber auch im Teilnehmerfeld dabei gewesen. Und die spezielle Nisch in dem Jahr, zum 100. Geburtstag, werden die Vertreter von all diesen Vereinen dabei sein, wenn die Spengler Club Hall of Fame eröffnet wird. Und was auch noch besonders war an dem ersten Turnier, es ist bis ins 24 ging. Wegen starken Schneefällen und Lawinen. Niedergänge musste eben auch im neuen Jahr noch gespielt werden. Das sind so Sachen, die man uns heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber unsere Gäste, die haben zum Teil so Sachen noch miterlebt und passen zum 100. Geburtstag. Das sind auch zwei Legenden. Hans-Rodika Menisch und Paul Berry. Hallo miteinander. Hallo. Ja, Paul. Davos geboren und aufgewachsen. Seit 1956 im Dienst vom HZD hast du natürlich noch miterlebt, wie sie auf dem Naturreis Spengler Club gespielt haben. Wie war das damals, als du im Match bist? Sehr schön. Sehr schön. Es war einfach super, oder? Schneering rum und die Kasse dort im Sportweg. Dort musste ich 20 Rappen zahlen. Und wenn sie nicht hatten, musst du ja ein Loch kratzen, was unter dem Gitter durchgekommen ist. Dann musste ich schauen, dass der Vater Städler die als Kontrolleur ja nicht sieht, weil er wusste, sie haben keine Billette. Aber so haben wir die Match nachher verfolgt als Junge. Und ähm, das weisst du vielleicht Billi auch noch. Weisst du, wo wir noch Goal angeschrieben worden sind, auf der Seite vom alten E-Stadion, wo leider abgebrannt ist. Wo noch der Rickenbach da oben war, einmal die Nummer rein zu tun, oder? Ich weiss es nicht mehr so genau das, Paul. Du bist eben schon ein bisschen länger dabei als ich. Aber vielleicht der zweite Gast, den ich auch sehr herzlich begrüsse, der ist aufgewagert in Landquart, Gymnasium in Chur, Sekundarlehrausbildung an der Uni Zürich, aber nachher im Journalismus. Und als Reporter kennen wir dich als Journalist von der Bündner-Zeitung und von der Südostschweiz. Und 23 Jahre hast du das Ressort geleitet. Und Hans Rudi, du hast mir gesagt, seit 1980 hast du jeden Spengler-Göp-Match im Stadion gesehen. Ja, das ist wirklich so. Todesmal 1980, als ich den ersten Spengler-Göp haben dürfen machen, da hatten wir noch in der Zeitung über jeden Match einen Matchbericht rein. Und dann war es ja logisch, dass man jeden geschaut hat. Gut, dann hat sich das geändert, auch in der Zeitung jetzt mit Digital und allem. Jetzt macht man mehr Hintergrundgeschichten. Aber ich sehe ihn auch jetzt noch gerne jeden Match im Spiel im Stadion selber. Und ihr habt einen Haufen erlebt. Und ich freue mich auf eure Geschichten. Die kann man bei uns im Podcast oder auf YouTube hören. Da sieht man auch die wunderbaren Spengler-Göp-Trophäe, die bei uns im Studio stehen. Das war 1980, als du als Sportjournalist darüber berichtet hast. Was war denn die erste Erinnerung von dir an Spengler-Göp? Also ich bin noch ins Landquart aufgewachsen und dann mit dem Autostop mit dem Bruder und Kollegen auf der Fuse im Match. Aber das erste, was mich richtig noch wirklich gut erinnert hat, das war 1973. Slowane Bratislava hat auch gewonnen. Und der grosse Star bei Slowane war Watschlaf nicht um 10 Uhr. Der hat einmal der Böck vielmals einhändig geführt. Und jetzt überspitzt formuliert hat, die Mannschaft hat fast allein zum Sieg geschossen. Das hat es früher wirklich noch gegeben. So absolute Ausnahmen können, die einfach viel, viel besser waren als die anderen Bälle. Das hast du auch irgendwie von Anfang an erlebt, gell? Die Superspieler früher. Ich meine, du hast den Bibi Torjani, den Picatinny, den Nysturm überhaupt, die hast du noch spielen gesehen? Ja, spielen gesehen. Ja, das war noch das Hockey von damals. Das kannst du mit heute natürlich nicht mehr vergleichen. Weil beim Bibi war es ja so, wenn du Training gehabt hast, und einer noch ein bisschen Körperbeton gespielt ist, hat er dich rausgeschickt. Beim Bibi hast du müssen... Ah! Den hast du nicht checken? ...gückeln. Nein, 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 nein. Lass mich raten. Das ist aber das, was du gut hast können. Also checken. Ja, ja. Schon. Das muss ich dir jetzt gleich mal fragen, Paul. Du bist ja eine Legende beim HZD. Obwohl du ja nie als Schweizer Meister geworden bist oder Spengler Cup gewonnen hast. Aber hast du gespielt? Ja, aber nicht lange. Ich hatte ein bisschen eine Sau auf die Gestreiften da. Weiss, schwarz. Die waren mir immer ein wenig im Weg auf dem Eis. Das war leider eben so. Also waren sie im Weg oder hast du mir nicht recht getan? Ja, man kann es anschauen, wie man es will. Aber ich würde sagen, wir waren es im Weg und sie würden sagen, ich hätte nicht recht getan. Und dann hast du aufgehört? Also wie alt warst du, als du aufgehört hast? Ja, um 18. Ja. Nachher haben wir unseren Liebtaudi Gerst gehabt oben. Er hatte noch das Material für die Nazi auch. Das war hinten in der Dunkelsage. Und damals war es natürlich nicht wie heute das Auto oder nichts. Dann brauchte er immer so einen Laufbuben. Und ich war einig von denen. Du gehst hinten und holst das und das, oder? Wenn du hinten jemanden musst, musst du einen Schlitten mitnehmen. Mhm. Und das Zeug führen zieht zu ihm. Und dann hat er das alles kontrolliert und alles zusammengepackt. Und dann hat man das auf den Bahnhof getan. Oder? Und so bin ich auch mitgekommen. Damals mit der Nazi. Du konntest herumreisen, das war jetzt schöner gewesen. Die Reisen, die du machen konntest. Das Ausland überall. Und auch mit dem HCD damals, oder? Picatinny war für uns einen Weg der Zweitvater gewesen. Für den Bruder und für mich. Mhm. Dein Bruder, der Franz, ist mehr Meister geworden mit dem HCD, gell? Und dann mit GC dann sogar noch. Ja, ja. In den 60ern. Aber dein Weg war dann ein anderer, der hat keine Welt. Ja. Du bist einmal aufgeboten worden, weil du hast anpacken können. Du hast Murr gelernt, bist poliert auf dem Bau. Ja, ja. Da hat man jetzt davon so immer überall gehört. Ja, ja. Man hat gewusst auf welcher Baustelle, dass der Paul Beri am Arbeiten ist, gell? Ja, ja. Und dann beim HCD, ähm, bist du dann einmal angestellt gewesen auch überhaupt? Nein, nein. Am Anfang nicht. Das ist, das hast du machen aus Freude zum HCD. Und ja, das ist einfach, das hat zu Davos gehört das. Wenn, wenn, denke ich, sagt das jedem, jeder sagt das auch, überall gesagt. Wenn Davos nicht der HCD hat, würde heute praktisch niemand mehr reden von Davos. Oder zum Glück haben wir der HCD, das ist die beste Reklame für Davos. Wir sind auf dem besten Weg. Du bist am liebsten halt auf der Eisbank gewesen. Ja. Das ist, das ist die zweite Heimat. Für dich. Ja. Und bis heute bleiben, oder? Ja. Wenn hast du ihn zum ersten Mal getroffen, wie hast du ihn erlebt, auch Hans Rodi auch? Ja. Als junger Journalist auf die Eisbank gegangen bist. Ja, also den Pauli, den hat man natürlich schon gehört, wenn man in der nächsten Kabine war. Aber das ist dann auch der, der dort Verordnungsgarten hat. Und wenn es nötig war, auch mit einer recht lauten Stimme. Eben, das ist immer geblieben, oder? Und bis heute eigentlich noch geblieben, deine Verbindung. Du bist heute noch als Teammanager immer noch im Einsatz. Ja. Was machst du noch? Ja, ich mache das, wenn ich Lust habe. Und es ist schön mit dem Trainer und mit allen. Wir sind wie eine Familie jetzt wieder, oder? Das ist jetzt noch speziell eigentlich, oder? Ja. Jetzt hast du plötzlich zwei Kanadier als Cheffen, oder? Der Elston und der Holden, das waren früher ja beim Team Kanada, die hast du nicht gerne gehabt. Nein. Und jetzt sind sie zu eurer Seite. Wie hast du es mit ihnen? Ja, sehr gut, oder? Als der Elston kam und mich vorgestellt hat, hat er gesagt, er müsse nichts sagen. Dann hätte ich auch folgen bei mir, als er da gespielt hat, oder? Und der Holden hat mich sofort dumm an und gesagt, so jetzt nicht mehr, oder? Nein, nein, das ist vorbei, jetzt gehören wir zusammen, oder? Und es ist ja schön, wenn du so einen Spieler kennst, wie der Holden in einer Mannschaft, die anderen alle Angst haben. Aber wenn du den kennst als Mensch, ist es ganz etwas anderes. Und das an unseren Fans bringen, das immer wieder bei, weil es eine Dumme gab, am Anfang alle. Ja, der Holden hat gesagt, hört auf, ihr müsst den Mann kennenlernen, ihr werdet ihn sehen. Das ist ganz ein toller Tipp, und das ist es auch. Apropos Kanadier und apropos Spengler gehabt, da können wir eigentlich gleich den Link machen. Das war ein grosser Wurf, Hans-Rodi, wie hast du das erlebt? Im 1984, als Team Kanada? Ja, das ist wichtig. Im 1984 war das Team Kanada das erste Mal. Das ist eigentlich das Verdienst von Freddy Putzke-Feller, der hier zum Malokka-Chef war. Im 1982 ist eine kanadische Auswahl durch Europa geingelt, und dann hat er das gesehen und das Gefühl hatte, die haben das Spengler gehabt, das wäre eigentlich noch etwas. Dann ist er im 1982 und im 1983 in der WM nie geklappt. Im 1984 ist er auf Sarevo in den Olympiaden, um wieder zu stürmen bei diesen Kanadiern. Und dann im Mai 1984 hat er das Fernschreiben, oder was so noch zeitlich war, hat er rübergekommen, sie kämen. Und dann sind die wirklich im 1984 gekommen und haben das Turnier gleich auf Anhieb gewonnen. Head-Coach war hier Andy Murray, der war in der Schweiz bekannt als Coach von Kloten. Zug war er beim ZSC und dann zu Lugano. Und Murray hat dann etwas Spezielles geschafft. Bis um 1996 hat er sechsmal das Team Kanada gecoacht. Und jedes Mal, wenn er gecoacht hat, dann haben sie den Trophäen geholt, haben sie das Turnier gewonnen. Und darum sagt man ihm auch heute noch den Meister Spengler-Göp. Und das ist ein Element, das dann wieder zugekommen ist im Spengler-Göp. Das nordamerikanische, das kanadische Hockey natürlich. Weil vorher eben, man hat sowjet-russisches Hockey zelebriert worden, tschechoslowakisches Hockey natürlich, oder? Das ist so. In dieser Zeit, mit dem grossen Team, du hast den Nedomanski angesprochen, oder? Und alle die Russen, die wir sehen, aber eben dort, ja, die Kanadier, die haben noch gefehlt, oder? Ich habe es auch in der ersten Folge vom Podcast, der Wayne Gretzky, den habe ich eigentlich nie gespielen. Das war der beste Hockey-Spieler auf der Welt. Aber dafür haben wir die Russen und die Tschechen gesehen, am Spengler-Göp. Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Ja, also es waren so viele gute Russen und Tschechen. Also angefangen schon mit den Holik-Brüdern. Das war noch vor dem Nedomanski. Nur noch etwas zum Nedomanski selber. Eben 1993 hat er den Pokal gewonnen. 1994 hat es Slovan Bratislava wieder gewonnen. Aber da war er nicht mehr dabei, obwohl er ja Rekordausschütze war in der Tschechoslowakei. Weil im Frühling 1974 ist er geflüchtet, ist dann nachher auf Nordamerika und ist dann meiner Meinung nach der erste richtig gross Osteuropäer gewesen, in der NHL gespielt. Er hat fünf Jahre bei Detroit und nachher noch eine weitere Saison in der NHL. Aber es war wahrscheinlich 83 oder 93, oder? Nein, 73. 74. Eben. Eben, nochmal. Entschuldigung. Jetzt haben wir einen Buff gemacht. Eben, wir machen ja grosse Zeitsprünge, oder? Und manchmal denken, es ist schon so lange her. Das war natürlich 70er Jahre. 70er Jahre, ja. 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 Weil beim Iserna Vorhang ist es ja eigentlich bis 1991 gegangen, bis auch die Russen überhaupt dürfen auf Nordamerika und NHL. Und das haben wir ja erlebt natürlich auch noch. Paul, ich weiss noch, als junger Teambetreuer, wo ich von einem russischen Team dort, Lokomotive Moskau, der Teambetreuer war, bei dem, der den Kaffee Garderobe gebracht hat. Und ja, das hast du natürlich dort auch erlebt. Die russischen Spieler vom Iserna Vorhang, wenn die auf den Fosamen gekommen sind. Wie war das? Ja, das war super. Meistens bin ich aber mit dem Karsig abgeholt und geklaut. Und dann bist du hoch, und dann ins Hotel. Ich weiss noch gut, gesessen sind sie im Seehof gewesen. Im alten noch. Eingekwartiert. Ich dachte, das kann ja auch nicht gut sein, dort in dieser alten Hütte. Die haben zum Beispiel noch in den Zimmern geklaut, also Steinfelsgelten, weil das Dach getropft hat. Oder, aber die sind dort rein. Und dann haben sie gedacht, jetzt werden jetzt nach. Du hast dir vorstellen, jetzt geheiss er nichts. Wieder in die Garde, in den Schlittschuhstock, ist man auf die Eisbahn und gerade gut trainieren. Du hast zum Beispiel den Ticho noch als Trainer natürlich erlebt, wo damals vielleicht der weltbeste Trainer war mit der Sowjetunion, wo die SSR ein Erfolg nach dem anderen gefeiert hat. Hast du den Spengler getroffen? Supermann gewesen. Redesch, ich habe nicht viel mitgekommen, man darf nicht gewiss verstehen, den Deutsch oder nicht. Aber wir haben dann ein Zeichen abgemacht, wenn sie gut gespielt haben, wenn ich dreimal gekropft habe, dann hat er die Öffnung gemacht, nach dem Schleifraum, wo die Kabine war von ihnen und erst dürfen 2K schon Bier hinein übergeben für die Spieler. Und die haben das noch geschätzt. Ja, das ist für die riesen Belohnung gewesen, weil das glaube ich wirklich noch die Zeit gewesen, wo wir uns verloren haben, dann wirklich ohne die Nacht ins Bett mussten. Und dann sind doch die Wockmen dort so aufgekommen. Und dann bin ich daraus gekommen, was wollen, und dann haben sie noch mit ihnen genommen, und ich bin mit ihnen noch zum Franz Geromini, auch ein alter Opsaljater. Ah, das Radio Fernsehgeschäft? Ja, das Fernsehgeschäft. Und er hat dann denen die gebeten, ja, was ist das drinste Geld? Und er hat auch mitgebracht mit denen. Das kann man sich heute eben gar nicht mehr vorstellen, oder? Wenn man auch sieht, was da für Salär bezahlt werden im Russisch Hockey, was passiert ist. Aber Hans-Roli, hast du auch miterlebt, ja? Früher ist das wirklich so gewesen, dass die Böse fast in zweier Kolonne vom Hotel ins Stadion zum Training oder zu dem Match und nachher gleich wieder nach Hause. Da hat es dann auch mal Spieler gehabt, die sind nach einem Match blitzartig vor dem Stadion gestanden. Ein Teil haben geraucht, die da gestaunten. Ich weiss auch nicht, ob die überhaupt Zeit hatten zum Duschen. Aber ich habe dann nachher gemerkt, ein Teil von denen haben Kaviar im Sack. Und die haben es natürlich verkaufen, dass sie wenigstens ein paar Schweizerfrenklchen hatten, dass sie so etwas haben können. Wir reden da von ein paar von den besten Hockey-Spielern, die es zu dieser Zeit gibt, oder? Die dort so unterwegs sind. Ich kann mich noch erinnern, als Teambetreuer hat es einem der Schuhbändel geklepft und die hatten keine Ersatzschuhbändel dabei. Und ich habe natürlich gewusst, wo es die Schuhbändel gibt, nämlich bei Paul Bery im Materialraum. Da bin ich rüber zu dir, ich war ein Teenager, da habe ich eine Grüezi gesagt, heute Pauli hätte ich mich nie getraut zu sagen. Und habe gefragt, ob du nicht die Schuhbändel für einen russischen Spieler hättest. Und du hast in die Kiste gegriffen, und dann hast du mir vier Paar Gäten, bin ich mit diesen Schuhbändeln zurück in die Garderobe, und dann haben mich die angeschaut. Wie wenn ich der Samichlaus persönlich wäre. Also so niegelnagelneu, schöne gelbe, gewachste Schuhbändel, das war für dich ein riesiges Geschenk. Und das war die Zeit, die wir dort natürlich noch erlebten. Ja, und du, eines musst du natürlich wissen, wir hatten einen Mann, das ist für mich einer, neben Jürgen Ochsner, einer auch von denen gewesen, der volles Vertrauen auf den Hockeysektor geben konnte, und das war der Herr Graf, Schlitzschuhfabrikant. Mhm. Wenn du gesehen hast, was die Russen für Schlitzschuh hatten, dann bist du ja, das ist verrückt, du weisst, dann ist er gekommen, hat sie ausgerüstet mit neuen Schlitzschuh von ihm. Und das hat er denen praktisch offeriert, weisst du. Das ist schon. Weisst du, dort hast du den Unterschied, ist mir auch erst dann gekommen, wenn du verglichen hast, wir zu ihnen. Und wenn du schaust, jetzt Hockey, sie gegen uns. Wie sie spielen, was sie können, oder? Mit dem Zeug, wo sie gehen. Eben, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie viel besser, dass sie Hockey gespielt haben. Ja. Aber genau wegen dem Tril, den sie hatten. Ich meine, für das ist ja der Tikhonov bekannt gewesen, oder? Und politisch hat man aber auch gespürt im Stadion, ich mag mich erinnern, Spartak Moskla, Dukla Ilava. Das ganze Stadion hat Dukla Dukla gerufen, wegen der politischen Situation. natürlich seit 1968, wo die Russen eingefahren sind, in Prag. Nachher gab es eine extreme Rivalität. Wichtig, da hatte die Bubi stand ein paar Tonnen, dann werden die Bosane ins Goal bei uns. Damals. Und dann haben wir gewonnen. Und dort haben sie Pasani kaputt gemacht. Dann haben sie hochgenommen, Toni Morazzani ins Belvedere. Und die vorgestellten Leute und alles. Und das sollte ihm nicht gut tun. Aber das ist... Weil Martin Reisen ist dann die Mama gestorben. Da haben sie angerufen, wenn es nichts anderes gäbe, wäre ich immer spielen. Und dann hat der Werner damals unser Mutsch und Pasani gesagt, er gehe schon ins Kohl. Dann musste er aushelfen. Ja. Also Sachen sind dort noch möglich. Kommen wir gleich noch. Ja genau. Das hat es auch noch andere Geschichten gegeben. Mit den Haufen Goalien. Ja Goalien, da kann ich dir auch nicht erzählen. Das war im 1984. Du warst ja der Eichi Bucher, der grosse Goalie, auch Meistergoalie vom HZD. Und dann im Match, der war gegen Kimi Gostkresensky gegen draussen, ist er zumal auf dem Eis gelegen. Dann hatte er einen Oberschenkelzellung und konnte nicht mehr spielen. Und dann, ja was ist klar, dann holst du den, der auf der Bank gehockt. Aber jetzt, das Problem war, das war Beat Ruchtig. Der hat morgen eine Innenbandverletzung beim Aufwärmen erlitten. Und ist eigentlich pro Formen dort gehockt, auf der Bank. Und dann musste er gleich rein. Dann haben sie halt 5 gespritzt, sodass er den Match hätte durchstehen können. Aber für den nächsten Match ist der auch ausgefallen. Und dann hat der MZD nichts anderes übrig geblieben, als die Junioren-Gole zu holen. Das war Cedric Lengacher. Dann aber im letzten Drittel hat er das mal auch komisch getan. Es hat der Krämpf keinen dabei. Ich weiss nicht, ob die MZD war, weil die Hütte voll war. Auf jeden Fall konnte er auch nicht mehr spielen. Und dann haben sie halt den Ersatz vom Elite-Unio-Gole geholt. Der Victor Zindl ist auch nicht zu ein paar Spengler-Gübben-Minuten gekommen. Ja. Und das war eine riesige Geschichte. Der Victor Zindl spricht heute noch davon. Das war so der Moment. Wir haben es gehört vor. Der HZ hat natürlich jahrelang auch keine Rolle gespielt. Oder auch spielen können. Weil die anderen so gut waren. Er hat dann erst in den 80er Jahren wieder angefangen durch eine Verstärkung. Das war eine Zeit, wo auch jeder Klub im Grunde genommen eine klare Nummer 1 hatte. Und der hat einfach immer gespielt. Ja. Das war übrigens in diesem Zusammenhang wenn wir gerade bei den Goalen sind hätte ich noch eine andere Geschichte. Mhm. Und das war im 91. Hier hat Lugano gespielt. Weil der HZD ist ja auch abgestiegen bekanntlich im 90. bis in die erste Liga. Das müssen wir dann auch noch schnell reden. Eben. Wenn ich hier drauf weiter machen darf. Dann ist dreimal ein anderer Schweizer Klub gewesen. Im 90. ist Klota gekommen. Im 91. Lugano. Im 92. Freiburg. Und eben im 91. Die Luganesi haben sich für das Finale qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel verletzt. Er konnte nicht eingesetzt werden. Und Lugano wollte das Turnier eigentlich gewinnen. Und dann haben sie in der Nacht eine Achternebel-Aktion gemacht. Und den Oliver Anken aus dem Nest geholt. Das Problem war ja, da hat man noch kein Handy gehabt. Da musste man anrufen, wenn der andere nicht ans Telefon ziehen. was nicht mehr machen wollte. Aber morgen haben sie ihn erwischt. Und der hat natürlich zugesagt. Er hat seine Hockey-Sachen zusammengepackt. Er hat ins Auto geguckt und auf den Foss gerast. Er ist aber erst viertel vor zwölf in den Foss wo das Eilaufen fertig war. Er ist dann in die Kabine von Lugano. Er hat sich da umgezogen. Aber zum Abpfiff hat es noch nicht gelang. Dann musste er die ersten 100 Sekunden auf dem Eis stehen. Und dann ist der Anken mit dem Lugano-Leibli da gewesen. Er hat das Leben lang für Biel gespielt. Er hat ihn durchgezogen. Aber sie haben dann gleich gegen ZSK Moskau auf 5-3 verloren. Wenn ihr das vorstellst gegen ZSK Moskau mit dieser Matchvorbereitung. Da sieht man was es für Geschichte geht. Aber du sprichst die Zeit an. Weil Davos eben auch nicht dabei war. Weil sie nicht mehr in der Nazi A gespielt haben. Und einen Moment lang auch nicht mehr in der Nazi B. wo Davos so von der Spengler-Göp-Bildfläche verschwunden ist. Das war schlimm. Harte Zeiten. Das war ja für mich nicht mehr Spengler-Göp. Dort habe ich für mich immer im Inneren gesagt, das ist ein fertiges Suggusturnier. Ohne den HCD. Ja, das ist so. Das ist furchtbar. Oder? Ja, wenn du jetzt zuhauseigen Schildern. Wenn du hier bist, geht die Match auch schauen. Es ist einfach nicht das Gleiche. Oder? Wenn deine eigene Mannschaft auch noch mitknütteln. Ja. Davos hat dort auch noch ein Training gehabt. Wenn der Nachmittag das Match fertig war, haben wir von der ersten Mannschaft ins Training und dann haben wir wieder geräumt und dann kam das Abendspiel. Ja, der Pauli Junior war natürlich dort auch dabei. Das war auch die Zeit, wo er nach der ersten Mannschaft war. Mannschaft ist, oder? Das war eine schöne Zeit auch dort. Aber eben. Davos ist dann zurückgekommen. Aber heute gibt es einen zweiten Schweizer Team, der fix dazu gehört. Findest du das gut, Paul? Ich finde es gut. Ja. Wenn Umbria kommt. Ja, Umbria. Es ist eine spezielle Atmosphäre, die Umbria bringt. Ja. Oder? Und auch. Ja, wie der Präsident dort auch mitmacht mit dem Volk. Das finde ich schon höllisch. Und so gibt es die einzigartige Stimmung auch im Spengler-Göp, oder? Wo wir ja viel Hans-Rudy auch sagen können, ja, es ist vor allem auch immer eine grosse Kielbe, der Spengler-Göp. Neben dem sportlichen. Wie wert ist denn du das Ganze? Ja, ich habe einfach das Gefühl, das Paket Spengler-Göp, das stimmt und das ist einzigartig. Und eben dazu gehört einmal das Datum zwischen den Weihnachten und Neujahr. Dazu gehört aber auch der Ort davon aus, wo Gott sei Dank wenigstens auch heute noch meistens eingeschneit ist. Da gibt es dann schon eine ganz spezielle Stimmung. Und dann ist natürlich das Hockey auch heute noch wirklich sehr gutes Hockey. Aber das Hockey hat sogar noch einen Vorteil. Es geht da nicht um ganz so viel wie in einer Meisterschaft oder so. Und darum haben Spieler ein bisschen mehr taktische Freiheiten. Und das könnte natürlich auch die exzellenten Techniker ausnutzen. Und das macht dann die Spengler-Göp-Spiele besonders attraktiv. Aber für die Fans, die kommen, ist eben die Match sind zu sein, dann aber auch das Ganze drum herum. Und das geht dann ein bisschen richtig, Kielbe. Und das gibt dann am Ganzen ein richtiges Hockeyfest. Das ist dann nicht nur ein Match, sondern eben auch das Ganze drum und dran. Wenn ich einmal in das Fernzelt rein schaue, da geht ja ein Bootstab. Die Ocken sind nicht auf der Bank, da stehen sie auf den Tisch. Aber es ist schon einmal angeschlagen an der Sauer, wie viel das man zahlen muss, wenn ein Tisch kaputt geht oder eine Bank. Aber eben das gehört dazu, dass es eben auch ein Fest ist, Paul, oder? Dass die Leute kommen und eine gute Zeit hat in Davos, nicht nur im Stadion, sondern rund ums Stadion. Und du, als ja dann auch immer auf der Eisbahn bist, ich meine, du erlebst diese Tage im Jahr, wo es halt wirklich sehr ruhig ist, in der Zwischensaison. Und dann aber auch dann, wenn du richtig Kiel bist, oder? Ja, es braucht beides. Aber, äh, was ich halt verrückt finde, ist, wenn du schaust, so einen Spengner gehabt, wenn die Gare ankommen und die sind bei halber besoffen Ausstiegung vom Gare und über dem Quagli das Fernzelt und dort rein sitzen, bis zum Schluss ist. Ich weiss nicht, für alle Leute ist das halt auch nicht, oder? Weil, wirklich, der Fan, den wir haben, der will Hockey sehen. Der will den Match sehen, oder? Ja. Aber weiss, ich glaube, er will auch das ganze Paket und du hast schon recht, da hat es der Ergo nicht mehr viel mitbekommen, wenn es von uns ankommt. Aber, ähm, es geht ja einfach um das Ereignis. Es geht nicht nur um das Hockey. Klar, das Hockey steht im Mittelpunkt und das macht der HZD auch super. Er braucht jedes Jahr, möglichst gute, prominente Mannschaften zu kriegen. Aber eben, für den Fan ist das nicht nur der Match, das ist der ganze Tag, wo er dort ist. Und die, die halt, schon zuhausehen, wenn es aufkommt, die sind selber schuld. Ja, und das ist ja auch der Spengler etwas ausverkauft. Du musst auch zuerst in den Stadion hineinkommen, die Pilots sind natürlich begehrt. Und das ist das Hockey, das immer an der ersten Stelle steht. Weil sonst würde es anderen definitiv auch nicht geben, oder? Es hat übrigens, ich weiss jetzt nicht mehr in welchem Jahr, ich glaube ein oder zweimal hat es in Grindelwald im Weihnachten Jahr auch probiert, ein internationales Turnier zu machen. Und es hat sehr gute Mannschaften, vor allem aus Skandinavien gehabt. Aber das hat es wieder aufgegeben, einfach weil beim Spengler, wie ich gesagt, dann passt das Paket. Eben, dass alles zusammenpasst, das ist Tradition, es braucht auch der HZD. Das hat ja der Pauli gesagt, man hat es gemerkt, als der HZD selber nicht gespielt hat. Und darum, das ist einzigartig auf der Welt. Und so ist das natürlich auch historisch gewachsen, mit dem Ursprung 1923, mit der ganzen Entwicklung der Hockeygeschichte, die wir erleben können. Mit dieser Möglichkeit internationales Clubhockey, vor allem auch zu schauen in Tafos, das war ja lange auch einzigartig. Heute gibt es das natürlich auch mit anderen Formaten. Aber Hans-Rodi, was ist immer noch die spezielle am Tafoser Turnier? Ja eben, wie ich es schon gesagt habe, kann das Team im Kanadat, das sieht man nur dort. Und gerade auch im Zusammenhang mit den Kanadiern, riesen Glück für den Spengler Clubhockey, sind natürlich immer die Lockout-Saisons gewesen. Weil da haben wir natürlich absolute Superstars in Tafos aus der NHL, wo sie es nie rauf gekommen wären. Ja, wenn wir noch einmal zurückdenken, 2004, wo der Spengler Clubhockey mal war mit Zorn, Nash und Hagmann, die dort im HCD waren. Ja, das war natürlich eine Wahnsinnsaison. Wobei, was man dort noch sagen muss, im 2-0-4, das Team Kanada ist auch ohne Lockout-Spieler gekommen, weil dort hat der Verband entschieden, die wollen wir nicht. Das war eigentlich noch schade jetzt im Nachhinein. Aber das hat sich dann geändert, die sind dann für alle 20-11 gekommen. Aber noch einmal zurück zum 2-0-4, es hatten auch da etwa 20 Lockout-Spieler gehabt. Wenn ich denke an den Goalie, Nabokhoff-Evgeni, der hat bei Metalurg Magrido Gors gespielt, der Thomas Wokhauen bei IFK Helsinki und Ebischer wäre eigentlich bei Prag gewesen, aber der ist dann ausgestochen worden von Thomas Pöpperli, einem 20-jährigen Prag-Junior. Aber was natürlich viel wichtiger ist auch für den HCD, der HCD hat das Turnier dort gewonnen. Und beim HCD übrigens, hat neben den Lockout-Spielern Sorn, Nash und Huckmann noch Martin Saint-Louis dort gespielt. Der hat die Saison vorher bei Tempe gewonnen mit Tempe den Stanley Cup und war MVP sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs. Aber im Finale ist der HCD gegen Sparta in Prag wo eben auch viele Lockout-Spieler hatte. Und der HCD hat das Finale mit 2-0 gewonnen. Ich weiss das, ich glaube, nach 8 Minuten hat er mit Schreissen zu 1-0 geschossen. Und den Pass hat er von Rick Nash bekommen. Und der Nash hat den Pass nicht einfach ganz gewöhnlich gespielt, sondern sich selber zwischen den Schlittschauen durch. Hanta merkt man die Freude Hansrodi. Du musst nichts ablesen, du musst nichts abschauen. Für alle, die dich nicht sehen, das ist gespeichert in deinem Kopf. Das sind Erlebnisse, die das Leben lang mitnimmst. Das ist die Faszination Spengler-Göp. 2-0-4, dort war Marc Genola das erste Mal Captain beim HCD und vor allem es ist noch ein anderer Stern aufgegangen. Beim HCD ist der Jonas Hiller, ich glaube dort 22, ist der Goalie und eben, im Spengler-Göp-Finale mit dem Anjadaut im Goal stehen. Und der 22-Jährige nimmt man nichts. Ja, das kannst du in Palmares auch gut... Was später passiert ist mit dem Jonas, das wissen wir. Absolut seine Riesenkarriere, die er kann in die Rennen schenken. Wir haben einen sehr guten Goalitrainer, klar. Dürfen wir nicht vergessen. Und das ist Monsieur Marcel Culli, der Appenzeller. Der betrifft alle, die ich bis jetzt als Goalitrainer erlebt habe. Schon. Ja man, es war ja nicht nur der Heili bei ihm. Der Beren war ja bei Marcel Cennoni natürlich noch viel länger immer betreut. Van Potlbergen, Schilsen, also es sind viele Goalie, die nachher Nationalmannschafts-Goalie waren. Was hat denn er so gut gemacht, Paul? Das ganze Training, und das menschliche zum Spieler selber. Das war super. Wenn du denkst, im Sommer im Goalitraining ist, ist einer rausgefahren, der Grill war bereit, dann zwei Festbänke aufgestellt und Tisch. und dann hat jemand zu grillieren. Nachher im Duschen kamen die Goalie und Marcel hat nachgeessen mit den Landern. Und das gibt den Halt. Auf dem Eis knallharte Arbeit und nachher den Dank, ein gutes Nachtessen. für die Jungen war das natürlich wie eine Familie. Das war immer das Superbild für mich, wenn ich das gesehen habe. Das ist immer das Beste, wenn es menschlich auch passt. Und mir ist vorhin durch den Kopf von Hans Rodi alle die prominenten Namen aufzählt haben. Die sind ja alle bei dir ein- und ausgegangen. Oder die mussten zuerst überhaupt reinkommen bei dir, wenn die alle gekommen sind. Wie ist das abgelaufen? Die wollten ja alle etwas von dir, Material oder irgendetwas haben sie gebraucht. Und was du konntest? Ja. Oder? Zuerst hast du in deiner Sprache wahrscheinlich die Bursten noch ein bisschen angeschaut und daran genommen. Wie ist das abgelaufen? Aber sie hatten immer noch einen von unseren Betreuer dabei, der zu der Mannschaft gehört hat. Und der hätte zu mir kommen müssen, wenn sie etwas wollten. Ah, eben. Direkt durften sie noch nicht zu dir kommen. Aber eben, wenn es die ACD-Spieler waren, waren sowieso alles von Pauli. Ah, eben. Die habe ich jetzt auch gemeint, oder? Und der Thornton und der Nash, die kamen. Der Thornton und der Nash habe ich empfangen, wo sie das erste Mal auf Davos kamen, die nach Davos anschauen. Er hat Arno gesagt, du musst dann um 12 Uhr auf den Eisberg kommen, ein bisschen später. Ich war dort, wir kommen zwei, einer so grosser und der andere auch ein bisschen kräftig. Er hat sich da vorgestellt und ich natürlich sofort da mein Englisch geführt habe. Schon dort hat es bei uns zusammengestimmt. dann kam dann Arno und alles und so. Und dann siehe da, ein bisschen später stand die bei mir in der Kabine. Natürlich super war es. Man kann mich übrigens erinnern, an den ersten Tag, als sie rauf gekommen sind. Da eben zwei so baumlange Sechen, der Thornton ein dünner und der Nässt ein bisschen breiterer. Aber beide in Badelatschen und Shorts sind dort gestanden im Sommer. Ja. Ja. Das ist ja schon eine tolle Sache. Und die sind dann nochmal gekommen. Da ist der zweite Lockout angesprochen und dort sind dann eben auch Kanadier mit einem vollen Paket gekommen. Das ist, ich weiss nicht, Hans-Rody, du kannst das sicher beurteilen. Ist das der bestbesetzte Spengler-Göp von allen Zeiten? Also mindestens was das Team Kanadam betrifft. Also, der Captain war dort der 1-Smith, aber da sind noch Leute dabei gewesen, wie Bergeron, der, er hat es mal sich gleich nachgegeben. Eben Jason Spezza, John Tavares, Matt Duchene, Tyler Seguin. Was noch verrückt war, die haben 13 Spieler direkt von Kanada. Und die 13 Spieler haben nie gespielt in dieser Saison, also bei einer anderen Gruppe oder so. Und die 13 Spieler haben dort zusammen auf 4736 NHL-Spiel gebracht. Und da sind eben noch Junge dabei gewesen, auch wieder Seguin. Ja. Und der Kane war auch noch. Der Kane war beim HCD. Der Kane ist beim HCD. Und der Kane übrigens, der hat im Halbfinale, 22 Sekunden vor Schluss gegen Vitkovic, hat er zu 5-4 geschossen, damit der ACD überhaupt in das Finale kam. Ja. Im Finale selber, dort haben die Stare schon gezeigt, was könnte dem Team Kanada. Sie haben 7-2 gewonnen. Und ich weiss ja nachher noch mit dem Captain Ryan Smith und der hat mir dann gesagt, er sei ja viel mit Kanada unterwegs er ist auch Weltmeister gewesen. Er hat den Kanada-Cup gewonnen, er hat Olympiasieger war. Was er nicht war, er hat nie den Stanley Cup geschafft, aber eben, der hat mir nach dem Match gesagt, er hat viel gewonnen mit Kanada, aber dass er jetzt noch den Spengler Cup gewinnt, das ist für ihn schon etwas Spezielles. Und jetzt kommt Joe Thornton auf den Foss, wie man gehört, in einer Woche, wenn es losgeht, wieder mit dem Team Kanada, ist er wieder da. Ja, ja. Siehst du ihn am Sommer, wenn er kommt? Ja, ja. Dann kommt er zwischen uns trainieren. Ja. Dann kommt er an einem Cavallo zu sagen. Und zwar, als er schickt, schickt er immer auf meinen Namen. Ah ja? Ja, ja. Und dann mit DB, mit der Frau vom Joe. Das klappt alles. Auto, alles ist da immer. Nein, es ist schon super. Du hast unglaublich viele Spieler gesehen und unglaublich viel Verbindung. Ist der Spengler Cup auch die Zeit, in der die Leute klopfen und die ehemalige, ja. Und schön ist auch, wenn er so, vor zwei, drei Jahren war der Ron Wilson da mit der Frau. Ja. Und du hast extra auf die Ispa zu mir noch sagen, ich finde das höllisch. Das ist eben so, Paul, die ehemalige, die vergessen nicht. Und wir haben letzte Woche einen ehemaligen da gehabt. Der hat als Captain den Spengler Cup Pokal in die Höhe stemmen, im Jahr 2000, nach 42 Jahren nach 42 Jahren den Spengler Cup wieder gewonnen hat. Und im 0-1, Patrick Fischer und der hat noch eine Frage an dich, Paul. Ja, äh, Paul, ich meine, wir haben es mal nicht erlebt, dass Arno eine Diskussion mit dem Ritter Bertolotti bei uns noch in der alten Garderobe. Und was hast du schon wieder zu ihm gesagt, zum Bertolotti? Ja, ich bin im Gang gestanden, ich wusste, es war eine nervöse Sache und sehr laut dort in die Schiedsrichterkabine und ich habe natürlich gewartet, wenn da irgendetwas ist, ich muss unseren Trainer beschützen. Und dann geht die Türe offen und der andere kommt raus und der sagt, das Hörer A soll verschwinden. und wie ich bin, habe ich einen Schnappbinder hinter der Türe und der Bertolotti halt da ein bisschen im Kragen verwischt und dann ein bisschen hergezogen, aber ich habe keine geschmiert. So sind wir aber froh, du. Und nachher bin ich auch gegangen. Und nach dem Matsch hat es dann geklopft und dann mit den Spielen gelaufen und du das allein zum Mann suchst. Dann bin ich raus und sag, du, der möchte sich entschuldigen. Ich sage, der muss mich nicht entschuldigen. Was? Er wollte sich bei dir entschuldigen? Ja, Bertolotti hat sich bei mir entschuldigen für das gegen nein. Das machen wir ein anderes Mal. Und dann, wenn er wieder in einen Match kam, haben sie mich gerufen und dann bin ich zu ihnen hinein und dann haben wir einander wieder die Hand gegeben. Und das war vorbei. Eben. So gehen die Geschichten schon noch so zu Ende. Ihr habt es gut heute miteinander. Wenn ihr euch seht, dann könnt ihr lachen über das. Ja. Ja. Aber würdest du auch sagen, Paul, du hast das eine oder andere mal ein bisschen emotional reagiert? Ja. Ist ja so. Ja. Und Patrick hat auch noch eine Message an dich, Hans-Rody. Die Frage an ihn. Also ich habe es extrem schön gefunden, ihn zu erleben. Ich habe das Gefühl, er ist null Polemik. Er ist wirklich ein Fan. Er war mit dem Herz mit dem HZD verbunden und sehr wohlwollend geschrieben. Und das ist eigentlich keine Frage. Es ist eigentlich einfach ein Dankeschön an ihn, wie er das gemacht hat. Und logischerweise auch ein riesen Dankeschön an Herrn Grosser Paul Beri. Ah, merci. Schönes Feedback, wenn so etwas zurückkommt, he? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war nie der Typ, der auf Polemik aus ist. Aber das sind Profisportler und da darf man aber auch nennen, was passiert. Also wenn einer Fehlpass macht, der zu einem Goal führt, dann muss man den Namen schreiben und das darf man auch. Aber das akzeptiert auch der Spieler. Mhm. Ich hatte einmal Ableschirmspengler gegen Susi Machtski, als der Greig-Sarner-Trainer war, habe ich den vor dem Match gesehen, von ins Stadion bin und dann ist er wie eine Furie auf mich los und er hat gesagt, du, heute bin ich böse auf dich, heute spreche ich nicht mit dir. Und dann bin ich gerne draus gekommen, was da los gewesen ist. Und dann habe ich aber gedacht, nein, das müssen wir klären. Ich habe geklopft, bin in die Kabine hinein vom ACD, nachher habe ich mit dem Greig eine Stunde geredet und dann ist alles erledigt gewesen. Ja, eben, wenn einer einen Fehler macht, dann darf man den glaube ich schon benennen. Ja, das muss man. Das sind Profis. Ja, genau. Wie sie in den Garderobe besprechen den Fehler auch. Und das akzeptieren uns das aber auch. Und bei jedem, bei jedem Namen, der erwähnt wird, Paul, kommt ja gerade eine Story in sich. Ja, ja, ja. Greg Sarner, hör auf. Ja, ja. Da haben wir rechtliche Geschichten erlebt. Aber es ist, auch dort ist, die HCD ist gut gewesen. Und jetzt werden wieder neue Geschichten geschrieben. Ja. Das nächste Turnier, der 100. Geburtstag auch vom vom ACD. Was wünschst du am ACD auf den 100. Spengler-Göp? Oder was wünschst du dem Spengler-Göp zum 100. Geburtstag? Ja, dass Davos gewinnen würde. Ja. Das wäre für mich das Größte. Wieder. Jetzt ist ja eine lange Zeitspanne, die wir halt nicht gewonnen haben. Aber wäre schön. Wir haben ja jetzt in unseren Kabinengängen neue Bilder aufgehängt und gemacht. Und siehst du, wäre schön wieder einmal der HCD. Ja. Hans-Rodi? Ja, natürlich wäre das Lässigste, wenn der HCD gewinnen würde und dann wieder zum Team Carl da aufschliessen mit dem 16. Turniersieg. Aber, ähm, es ist möglich, aber es wird hart. Darum, ich freue mich zum Beispiel auf Bardo Bice, die führen im Moment die tschechische Meisterschaft hoch aus an. Oder dann auch Frölunda, wo der Spengler-Göp kommt. Einfach, ja, wieder andere Mannschaften, andere Gesichter und folglich auch andere Stars gesehen. Das gibt es darum ganz bestimmt wieder ein Hockey-Fest. Und bist du dort und schreibst und verfolgst es? Oder bist du privat im Stadion? Wie ist das jetzt heute bei dir? Also, ich bin ja pensioniert, aber bin natürlich immer noch verbunden mit dem Hockey. Das ist mir auch wichtig. Also, an diesem Spengler-Göp, wie schon an der letzten, mache ich für die Spengler-Göp Homepage. Von jedem Match wieder ein Berichtli, bin ich folglich sowieso dabei. Wenn das HCD-Spiel mache ich für die HCD-Homepage noch einen ausführlicheren Bericht. Und jeden Morgen noch eine Tagesvorschau. Und in einer Woche ist es soweit. HC Ambripiota gegen HC Dynamo Pardubic. Ein Startspiel, wo wir uns schon alle darauf freuen. Und ich freue mich auch noch auf das 26. Weil dann gibt es die dritte Folge, die nächste von unserem Podcast. Mit einem ganz speziellen Gast. Und an diesen dürfen wir jetzt noch eine Frage weiter stellen. Es ist Arno del Curto. Paul, mit dem hast du auch einen Haufen erlebt. Wo wird Gast sein? Was willst du Arno fragen? Ich möchte gerne Arno fragen, wie er es mit seinem Hotel in der Rosen hat. Hans Rudi. Also ich bleibe beim Hockey-Technischen. Arno hat ja im AZ immer einen Kern von Schweizer Spieler plus Joe Mara, der wirklich verhebt hat. Aber das Verrückte, was Arno geschafft hat, war es wirklich Joe Sonnton und Ignes auf den Fuss zu holen. Und das soll er euch noch einmal erzählen, wie er das überhaupt kauftet, das Kunststück. Auf diese Geschichte freue ich mich also auch. Danke vielmals sind ihr heute da gewesen. Paul Veri und Hans-Rodi Gamenisch. Danke vielmals fürs Zuhören. Der Podcast. Alle Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcast gibt. Pre-Game heisst er. Aber ihr könnt ihn auch auf YouTube schauen. Und es lohnt sich reinzuschauen, damit man die Gäste auch voll in Aktion sehen, die so leidenschaftlich über das Hockey berichten. Dann jeden Tag ab dem 26. Bis bald. Macht's gut. Heißt was? Freigain. Der offizielle Spenger Cup Podcast präsentiert von UWS mit Moderatorn Jan Billetter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017